Hallo liebe Freunde, Willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K60, hier Tag Team ist am Start, oh mein Gott, mit Titus O'Neil gegen Eric Rowans, dann mal zum Match. Das ist irgendwie witzig, dass wir mit Titus O'Neil in unserem Rivalen zusammenspielen, na gut, eigentlich für das Tag Team Match voll cool, aber wisst ihr, was ich machen werde, ich gehe hier raus, also runter, weg, was, der will schon wechseln, na gut, da habe ich zu schnell gedrückt wohl. Autsch, 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 ich kenne den gar nicht, Luke Harper, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist das für einer, wirkt mir wie ein Irrer. Gut, dass wir 2 gegen 2 spielen und nicht irgendwie 2 gegen 1, das kann mir auch passieren, ne? Teils ist so ein neuer Led gerade auf, das finde ich gut. Und eben hauen wir dafür auch eine rein. Ups, 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 das war wohl daneben. Kacke. Ah. Unfreundlich. So schnell nicht, Kollege, was hätte da eigentlich in der Tasche, in der hinteren Tasche, irgendein Tuch oder so, ne? Kann das sein? Was hat das für eine Bedeutung? Würde mich mal gerne interessieren. So, Moment. So, Kollege. Jetzt verklopfe ich euch beide. Ich hab irgendwie Bock, Every Blowing Kapuz zu schlagen. Warte mal, ich springe noch ein paar Mal raus und dann wechseln wir sofort. So, jetzt wechseln wir mal. So, eine Sekunde. Jetzt. So, jetzt raus. Ja, ich will raus. So, Eric Rowan, alles gut bei dir? Könnt mal Hallo sagen. Könnt mal Hallo sagen. Alles klar? Wir haben es lange nicht gesehen. Während mein Kollege irgendwie, seinen anderen Kollegen da draußen kaputt schlägt, schläge ich die jetzt hier kaputt. Oh Mann, das geht so auf die Ausdauerleiste. Schaut mal, Eric Rowan kommt jetzt in unsere Richtung, oder? Ne, doch nicht. Ja, ich bin hier drauf. Ne, das geht zu weit. Das geht zu weit, Kollege. Alter Schwede. Autsch. Komm nicht raus. Ja. Was zum Teufel? Ich will raus. So. Hat das gedauert. Einmal bitte wechseln. Einmal bitte wechseln. Der will noch nicht wechseln. Scheinbar. Ah, geht doch. Hi, Eric. Ich muss gerade draußen gesehen. Wollte mal Hallo sagen. Eric. Alles gut bei dir? Oh. Ja, der macht ernst. Der macht ernst. Verdammte Hühnerbrust. Nein, der will jetzt schon abzählen. Das fällt dem ein, jetzt schon abzuzählen, ne? Oh mein Gott. So früh. Oh. Warte mal bloß abwächtig, da ich eine reinhau. Er wollte wechseln. Habt ihr das gesehen? Nichts da. Wie viel der gerade gekontert hat, ne? Und dann auch noch so passend. Ja gut, das sieht jetzt schlecht aus ein bisschen. Er will wieder abzählen. Aber ich lass ihn das, ich lass ihn das nicht machen. Boah, was zum Teufel? Jetzt, ja. Jetzt hat er mir eine rein. Er kriegt eben sein... Oh, shit, man. Ich wollte ihm eine geben. Und dann ging das nicht mehr. Mann, ey. Kacke aber auf. Oh Gott. Jetzt kassieren wir aber. Jetzt kassieren wir. Ich muss Taitis O'Neill reinholen. Ich muss Taitis O'Neill reinholen. Jetzt sterbe ich hier gleich. Uh. Wir kassieren übel. Wir kassieren so heftig. Mist. Alter, was geht bei denen ab? Ich muss wechseln. Komm rein, komm rein. Oh, da bin ich kaputt. Verklopp ihn, ey. Ihr. Schau mir auch noch eine rein. Für dich. So, jetzt warte ich ein bisschen. Wirklich mal. Sonst verliere ich noch. Eric Rowan ist echt übel, also. Keine Ahnung. In dem Match ist er echt super stark. Ich probiere nochmal gleich reinzukommen. Ich finde es gut, dass wir nicht alleine spielen. Jetzt hat er mir eine rein, ey. Jetzt hat er mir eine rein. So, Moment. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Nehme ich jetzt. Kurz einmal rein. Jetzt höre ich ihm eine rein. Shit, ich komme nicht rein. Ich komme noch nicht rein. Vielleicht hier. Wenn ich hier reinkomme, wäre gut. Jetzt. Tschüss, du Penner. Runter mit dir. Runter mit dir. Ich glaube nicht, dass die Tag-Team-Szene immer noch heißer war. In WWE. 2 3 Uh oh. Wahnsinn. Er verkloppt ihn erstmal da. Leute, geh rein. Geh rein. Ich springe nochmal drauf. Oh, ging nicht. Er liegt da einfach. Was? Die die gewonnen haben. Alter. Mit Titus O'Neil. Ey, der hat uns, der hat für uns gewonnen. Wie krass. Leider, zu krass. Welcome back to the show. This is my guest tonight. Let's talk about Titus O'Neil. You will square off with him at the next pay-per-view. Thoughts on that match-up? Ja, klar. Es wird hart. It's going to be a tough match, that's for sure. But that's what I'm all about. I come through in the toughest of situations. And at the pay-per-view, it's no different. I'm going in there. Going to grind out a victory. And do it in style. There you have it. Back to you, Cole. Cool. Na, vielen Dank. Vielen Dank. Boah, das ist einfach unglaublich. Ja, auch während des Matches habe ich ja genießt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gehört habt. Tut mir echt leid. Also, ich konnte es nicht halten. Mann, Mann, Mann. Was für ein Match hier. Gut, nächstes Match dann gegen Titus O'Neil. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall hier wieder bei euch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. Abonné, Mann! – Всaggio Ain't per命. –I・s destined für einet цент닉.